Kabel 1, Kerze voll und die besten Tipps finden Sie exklusiv auf Kabel 1, die Gäse, Handwerker. Hey, du hattest recht, alle persönlichen Sachen von Henry Olsen sind bei der Polizei gelandet. Aber sein Sklelitz ist noch hier. Ich muss es sehen. Okay, was ist denn los? Ich habe mit ihm gesprochen. Das ist also wirklich dein Geist? Ja, wir hatten erzählt, was passiert ist, aber er verstand da. Ich habe gefordert nämlich, dass die Entführer, ich werde zu uns vom Land sein, um das Graben zu schaffen. Ich habe beide gesehen, aber sowas hat es doch schon öfter gegeben. Aber in deiner Vision ist er in eine Gruppe geworfen worden. In der da noch sein Sklelitz gefunden worden. Ja, die Erde war das, aber da, wo er gegraben hat, war alles trocken. Vielleicht haben Sie ihn umgebracht, bevor ich hatte, ich war, oder vielleicht hat es geregnet. Oder das Loch, das er gegraben hat, ist für etwas anderes bestimmt gewesen. Was das gefordert hat? Als Hilfe seines Sklelitz will ich versuchen, endlich die Wahrheit rauszufinden. Ich habe nicht so schnell. Ich habe keinen Grund, dass wir von den Polen angehalten werden. Was ist los? Das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Henrik war in die Sache eingeweiht. Er hat seine Entführung mit inszeniert. Hey, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe wieder ein Kassi bestellt. Danke. Wir können ja auch reden ungestörter als auf der Polizei, wenn wir über Geisterin leben. Sie hatten also wieder eine Vision. Ich wusste immerzu daran denken, dass mir Henrik es warm an sich hatte, dass sie ihm an seinem eigenen Interesse kein Geld gegeben hat. Ich hatte eine Vision von der Entführung und komischerweise war Henrik daran völlig cool und gelassen. Er war total abgebundet und hatte überhaupt keine Angst. Sie glauben, dass Henrik hat seine eigene Entführung, wenn er nicht so... Das scheint Sie nicht wirklich zu überraschen. Ja, ich habe auch schon an sowas gedacht, aber das ist nicht möglich. Henrik Sohn konnte nämlich nichts nachgewiesen werden. Und wenn Henrik mitgemacht hat, warum ist er denn gestorben und was ist mit seinem Abteil passiert? Ich hatte zwei verschiedene Visionen, in denen jemand ein Loch gegraben hat. Das erste war Henrys Leiche und da war der Boden schwierig und nass. Und als er gegraben hat, da war der Boden ganz trocken. Gut, okay. Was hat das zu bedeuten? Möglicherweise war das sogar schon...